Moin und willkommen bei den Körbels. In der letzten Folge waren wir aufgebrochen Richtung Eve und wir werden heute auch bei Eve ankommen und ein paar Runden da drehen, um Wissenschaftspunkte einzusammeln. Jetzt sind wir aber gerade noch dabei, die Inklination anzupassen und ich bereite gerade das entsprechende Manöver vor. Was wir dann auch noch vorhaben, das wird allerdings nicht mehr in dieser Folge geschehen, wir haben ja so ein kleines rollendes Etwas mitgenommen, so ein kleines, ja, ich mach das gar nicht Auto nennen, aber es hat vier Räder und es fährt, also nenne ich es irgendwie mal so. Das wollen wir auf Eve landen lassen und damit dann auch noch ein paar Punkte einsammeln und vor allem tun wir das, um drei Biome zu entdecken und unsere angewandte Strategie zu erfüllen. Das kommt aber noch nicht diese Folge, das kommt wahrscheinlich erst in der nächsten. Jetzt müssen wir erst mal zusehen, dass wir bei Eve ankommen und wie wir sehen, passen wir hier gerade wunderschön die Inklination an, bis sie möglichst auf Null ist und dann können wir uns weiter auf den Weg machen. So, ich setze jetzt hier mal ein Manöver an und dann werden wir mal retrograden Schub geben, ein bisschen einbremsen und das dürfte eigentlich eine ganz einfache Sache sein, jetzt den Punkt zu treffen, wo wir mit Eve zusammentreffen können. Da haben wir schon die zwei Marker und die werden jetzt sich immer näher kommen und gleich, jawohl, haben wir einen Flyby und das werde ich jetzt nochmal so ein bisschen zurechtdrücken. Ich möchte auf jeden Fall ein Polarorbit haben, wie eigentlich fast immer, wenn ich versuche, möglichst viel Wissenschaftspunkte abzugreifen, weil sich Eve dann quasi unter uns durchdreht und wir so ganz bequem an alle Biome kommen, ohne unseren Orbit irgendwie nochmal verändern zu müssen. Deswegen werde ich auch hier versuchen, uns in einen schönen Polarorbit zu bewegen und ziehe jetzt mal die Periapsis hier so ein bisschen ran. Das sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Das müssen wir natürlich noch so ein bisschen gerade ziehen, aber das ist so schon mal gar nicht so schlecht. Und wir können auch später natürlich noch so ein kleines Korrekturmanöver, falls es nötig sein sollte, machen. Und das ist alles kein Problem. Ich würde sagen, so ungefähr um und bei können wir es lassen. Genau so sieht es ganz gut aus, finde ich. Ich möchte natürlich ein Orbit unter 400 Kilometer haben, weil das dann low over ist, wie man hier so schön sagt. Und wir anders an die Biome gar nicht rankommen, denn vorher ist das High Orbit und da können wir die biomsensitiven Experimente gar nicht machen. Ich manövriere jetzt erstmal Retrograd und dann geben wir Schub. Und lassen den Schub soweit durchlaufen, bis wir die guten 1300 Delta V verbraucht haben. Und ja, dann sind wir eigentlich schon quasi zumindest an EVE, aber wir müssen dann natürlich auch noch ein Orbit machen. Das heißt also, wir werden noch eine ganze Menge Delta V brauchen. Wir haben aber genug mitgenommen. Alles ist gut. Und wir stagen gleich. Staging completed. Da sehen wir das Teil wegfliegen. Unser Tank versinkt in den Tiefen des Alls und wir geben weiter Schub und bremsen uns ein. Das dauert jetzt noch so ein paar Sekunden und dann können wir, glaube ich, auch schon die ersten Experimente abgreifen. Bevor wir uns in einem Orbit befinden, wenn wir niedrig genug sind, wir müssen mal gucken, wie gut das Manöver jetzt klappt. Also ich bin ja ziemlich genau auf dem Manöverpunkt drauf. Das sollte also eigentlich ziemlich exakt der Polarorbit werden, so wie ich ihn vorher eingestellt habe. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir hier erfolgreich sind. Was ich natürlich auch wahnsinnig gerne ausprobieren würde, was ich bisher noch gar nicht angetestet habe, das wäre eine Landung mit Körbel auf Eve. Eve hat ja eine fünfmal so hohe Schwerkraft wie Körbeln. Das heißt, die Raketen, die von da aus wieder abheben, die müssen quasi auch fünfmal dicker sein als die, die von Körben starten. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was man von Körben losschicken muss für ein dickes Schiff, damit hier genug ankommt, um das wieder in die Luft zu jagen und zurück zu Körben. Und das Ganze macht es natürlich noch mal schwieriger, wenn man einen Körbel dabei hat und mit Live-Support spielt. Das heißt also, ich müsste natürlich genug Strom mitnehmen, genug Huppi-Huppi. Das heißt, Snacks dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und Habitation muss natürlich auch gewährleistet sein. Und das dürfte extremst schwierig werden. Also das ist, glaube ich, wirklich kein einfaches Unterfangen. Und das wäre ja so quasi, ja, ich würde sagen, die Endaufgabe, die ich mir stellen würde, das zu schaffen, einen Flieger zu bauen, der mindestens einen Körbel nach Eve bringt, der wieder abheben kann, den Körbel nach Hause bringt. Also von mir aus einfach nur in den Orbit von Eve und da kann er wieder andocken und dann nach Hause. Das ist mir egal, aber der Körbel müsste einmal landen und wieder abheben. Das Ganze aber auf jeden Fall mit Live-Support. Und ich glaube, das setzt die Messlatte der Schwierigkeit dann nochmal richtig viel höher. Da hätte ich voll Bock drauf, aber dafür fehlen mir auch im Forschungsbaum noch ein paar Teile. Da hätte ich gerne noch die Mining-Sachen zum Beispiel dazu. So Sachen wie kleine Bohrer, mit denen man, ja, ich sag mal vereinfacht, Treibstoff anbohren kann auf den Planetenoberflächen. Das heißt also, man rammt die da in die Erde, fördert sozusagen Öl, ich sag's mal so, also Treibstoff oder wandelt das dann in Treibstoff um und füllt so dann wieder die Tanks. Das heißt also, man muss nicht mit vollen Tanks landen, sondern man kann sich durchaus da dann auch wieder auftanken. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und wir haben ja noch lange nicht alles aus dem Forschungsbaum freigeschaltet. Insofern würde ich da, also wenn ich das versuche, dann würde ich da definitiv nochmal abwarten wollen. Aber genau dafür machen wir solche Sachen wie jetzt. Wissenschaftspunkte sammeln, Knete sammeln vor allem. Was mir noch fehlt, das sind jetzt, ja, ich glaube, dreieinhalb Tausend oder so, nee, dreieinhalb Millionen Körbel-Dollar, um das Forschungszentrum aufzuwerten, glaube ich, die Radarstation, die könnte auch gerne mal aufgewertet werden. Also wir haben echt noch viel zu tun. Das ist ja, weil ich auf Schwerspiel jetzt auch nicht so einen Pappenstil, also mal eben so dreieinhalb Millionen zu verdienen. Also da muss eine alte Frau schon ordentlich für stricken, sozusagen. Und ja, deswegen basteln wir uns hier solche Sachen wie jetzt, damit wir irgendwann dieses Ziel vielleicht doch mal ins Auge fassen können, mit einem Körbel auf Eve zu landen, mit Live-Support und dann erfolgreich wieder abzuheben. So, ich habe nochmal ein kleines Korrekturmanöver eingebaut und da warpen wir uns jetzt hin. Dann sitzt das Ganze nämlich gerade über den Polen und wir können dann einbremsen und den Orbit fertig machen. Unsere ersten Experimente sind bereit. Das sieht schön viel aus, das ist es auch und das werde ich jetzt alles mal abfrühstücken. Das Schöne ist natürlich, wir können das, soweit es das, ich nenne es mal Mutterschiff betrifft, und alles bedenkenlos wegfunken, weil es alles 100% sind. Die Experimente, die keine 100% beim Wegfunken geben, das sind die Experimente, die an dem kleinen K-Kor dran sind. Das sind eigentlich Experimente, die ich für den Boden gedacht habe und da wir dieses ganze Gedöns, was wir jetzt hier in der Luft haben, nie wieder nach Körben fliegen werden und das Karko-Teil auch auf Eve verbleiben wird, funke ich das trotzdem alles mit weg. Das ist mir jetzt egal. Das sind zwar weniger Wissenschaftspunkte, aber eben auch welche und die nehmen wir natürlich gerne mit. Und so sieht das gut aus. Wir sind direkt über dem Nordpol von Eve, mehr oder weniger. Ein Stückchen könnten wir eigentlich nochmal rüberziehen. Aber man kann es eigentlich auch so lassen, ne? Also, es war jetzt nicht allzu schief. Wir können aber auf jeden Fall gleich nochmal gucken, ob sich nach Erfüllung der Aufgabe, denn den Flyby haben wir jetzt erledigt, in dem Weltraumzentrum eine neue Aufgabe für uns ergibt. So, da gucken wir mal. Genau auf das habe ich gewartet. Orbit Eve, das nehmen wir mit. Ich nehme auch Explore Gilly mit, beziehungsweise Gilly wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das tue ich aus dem Grunde, weil Gilly der Asteroid ist, der Eve umkreist. Das heißt, wir sind quasi direkt nebenan. Und ich schätze mal, wir werden so viel Delta V im Mutterschiff übrig behalten, dass wir locker auch noch mit dem Teil später Gilly besuchen können. Und deswegen nehme ich das doch gleich mit. Das werden wir aber erstmal außer Acht lassen. Nur, wenn es schon mal da ist, dann sacke ich das natürlich auch gerne mit ein, ne? So, okay. Das nächste Manöver wird geplant. Wir bremsen jetzt ein und bremsen uns in den Orbit knapp unter 400 Kilometer, aus dem wir dann die ganzen Experimente, die biomsensitiv sind, machen können. Ich habe auch schon mal das kleine, nette Hilfskästchen aufgerufen von einem meiner Lieblings-Mods. Da können wir uns dann genau angucken, welche Biome uns noch fehlen für das Orbital Telescope. Wie wir sehen, gibt es hier 16 Experimente, die wir machen können. Und die haben wir natürlich vor, alle uns reinzuziehen. Wir sehen Eve näher kommen. Wir haben Eve erreicht, sind direkt drüber. Und los geht's. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir die Aufgabe mit dem Orbit erfüllen. Klare Sache. Währenddessen, denke ich mal, können wir direkt schon ein paar Experimente machen. Und dann, denke ich, werde ich erst wieder ins Weltraumzentrum gehen, wenn wir die ganzen Biome abgegrast haben. Ich glaube, da wird dann so erstmal weiter nichts passieren. Ich gebe jetzt Schub. Und das dauert jetzt eine ganze Zeit, wie ihr unten seht, über 3 Minuten, 3,5 Minuten, bis wir den Orbit fertig haben. Das ist tierisch lange im Gegensatz zu Minmus oder Moon oder so. Das kennen wir ja schon viel, viel schneller. Aber bei Eve ist halt alles anders. Nicht zuletzt aufgrund der Schwerkraft, weshalb Eve zumindest für mich ein ganz besonderer Planet ist. So, ich check noch mal die Aufgaben. Gilly werden wir jetzt erstmal nicht beachten. Wir müssen noch die drei Biome abgrasen. Das kommt dann in der nächsten Folge. Im Moment müssen wir tatsächlich nur den Orbit fertig machen. Das geht ja quasi von ganz alleine. Und jetzt sammeln wir, was das Zeug hält, alle Experimente ein. Ich bemühe mich jetzt natürlich immer zuerst, das Orbital Telescope abzufrühstücken, damit uns da möglichst schnell alle Biome ins Netz gehen. Aber ich glaube, das waren jetzt auch schon alle Experimente, die wir außer dem Orbital Telescope machen können. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich nur noch das Orbital Telescope anschlagen. Und wir haben den Orbit geschafft. Streichen dafür das Geld ein. Machen den Orbit noch so zu Ende, dass wir sowohl mit Apoapsis als auch mit Periapsis unter 400 Kilometer sind. Und dann beginnt das gemütliche Cruisen und das Einsammeln der Wissenschaftspunkte. Was wir hier sehen, diese 25.000 Körbel Dollar, die resultieren im Übrigen aus der zweiten Strategie, die wir fahren. Für jedes neu entdeckte Biom streichen wir nochmal 25.000 Körbel Dollar ein. Das lohnt sich natürlich immer, wenn man Richtung eines neuen Planeten unterwegs ist. Und ja, in diesem Fall nehmen wir das natürlich auch gerne mit. So, also mit dem Polarorbit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich denke, so sollte uns eigentlich nichts durch die Lappen gehen. Wenn es nachher zu lange dauern sollte, wir müssen ja nicht alle Biome jetzt machen. Der Länder an sich, der wird sowieso im Orbit um Eve erstmal verbleiben. Das heißt, wir haben immer noch Zeit, falls Biome länger auf sich warten lassen, die später noch abzufrühstücken. Kein Problem, aber jetzt fangen wir erstmal an, ein bisschen zu sammeln. Und am Anfang geht das ja meistens auch ganz fix. Da sind die Biome dicht nebeneinander, die man noch nicht hat, weil es fehlen halt noch fast alle. Und ja, die sammeln wir jetzt ein. Und zwischendurch mache ich dann immer so ein bisschen auf Time Warp. Ich hoffe nur, dass die nicht zu schnell durchflutschen, dass ich die dann auch alle erwische. Ja, so je kleiner so ein Biom ist, desto schneller bin ich dann natürlich wieder dran vorbei. Und man glaubt es ja nicht, aber das kann manchmal wirklich ganz... Ja, zum Beispiel ja. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Aber das lässt sich ganz gut an. Ich bin zufrieden. Wir haben ja immerhin schon sechs Stück. Sieben Stück. Das ist in Ordnung. Das werde ich jetzt hier auch ganz gemütlich durchlaufen lassen. Also, ich bin eigentlich sowieso nicht so die Freundin des ständigen Schnitts. Mir ist das meistens alles viel zu unruhig. Aber ich meine, es will natürlich auch keiner stundenlang mit denselben Sachen gelangweilt werden. Da die richtige Mischung zu finden, ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Und bei mir ist das meistens, ja, keine Strategie. Es ist eigentlich meistens Gefühlssache, wie ich das so handhabe. Wenn euch das mal zu hektisch werden sollte mit den Schnitten oder ihr sagt so, meine Güte, das hättest aber auch abkürzen können, das hätte ich irgendwie besser gefunden, haut es ruhig raus. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich nehme das dann mehr oder weniger zu Herzen. Jedenfalls lese ich es mir gerne mit Spannung durch und werde dann auch überlegen, ob ich das ein oder andere Kritikpünktchen da nicht umsetzen kann. So, ein paar fehlen uns jetzt noch. Das sind aber in der Tat nicht mehr viele. Aber so früh gebe ich natürlich nicht auf. Jetzt lasse ich ihn hier noch so ein bisschen rumcruisen. Das ist aber auch so ein richtiger Mädchenplanet, ne, so von der Farbe her. Er trägt heute Pink. Ich frage mich ja ganz besorgt, warum wir die Meldung über 25.000 Körbel-Dollar von dieser Strategie nur bekommen, wenn wir die alte gelöscht haben. Es blinkt dann ja auch nichts mehr. So, wenn ich die alte stehen lasse, blinkt es bei einem neuen Biom nicht mehr. Und ich frage mich, kriegen wir das dann überhaupt? Ich hoffe ja, weil eigentlich habe ich gar keine Lust, das jedes Mal wegzuklicken. Das müsste ich theoretisch mal eruieren, aber ja, das ist so ganz weit hinten auf meiner To-Do-Liste eigentlich eine einfache Sache, aber ich habe da jetzt einfach keinen Bock drauf. Ja, sollte es jemand wissen, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Dann muss ich es nicht selber nachgucken und ihr könnt beweisen, dass ihr es besser gewusst habt als ich, was nicht einfach ist, aber es kann vorkommen. So, also wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, wenn ich richtig zähle, die übrig sind. Und ich setze mir einfach mal so ein Limit von, ja, also ich will auf jeden Fall, also zwei mindestens noch, so zwei, drei Biome möchte ich schon noch mitnehmen. Das lohnt sich ja auch einigermaßen. Wir bekommen ja eigentlich für ein Biom gut Punkte und was natürlich daran verlockend ist, je mehr Punkte, umso mehr schöne Sachen kann ich im Forschungsbaum freischalten. Deswegen bin ich natürlich heiß drauf. Allerdings brauchen wir auch für den Forschungsbaum, wie ich vorhin schon sagte, knete. Dreieinhalb Millionen Körbel-Dollar fehlen uns, um die nächsten Sachen vom Forschungsbaum freizuschalten. Ansonsten bleiben die gesperrt. Das heißt, wir brauchen zum Forschen im Moment beides, sowohl Knete als auch Wissenschaftspunkte. So, komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch, würde ich sagen, und dann überlege ich mir mal, ob wir dann schon mal nachgucken gehen im Weltraumzentrum, was da für neue Aufgaben sind. Ich hoffe ja auf eine Landaufgabe, denn genau das haben wir in der nächsten Folge vor. Da werden wir den kleinen Lander, den kleinen Karkor, der jetzt da oben so schön im Bild ist, den werden wir auf die Körbelheit, nicht Menschheit, auf die Körbeligkeit werden wir den loslassen und mit diesem Auf-Eve herumfahren und das gilt logischerweise als Landung und deswegen hätte ich also gerne eine Landaufgabe. Aber komm, also ein Biom müssen wir wenigstens noch machen, also so viel wollte ich jetzt hier auch nicht offen lassen. Am liebsten möchte ich natürlich alle machen, aber ich will jetzt hier auch nicht stundenlang im Kreis fliegen und drauf warten, das ist natürlich für ein Let's Play jetzt auch so ein bisschen, ja weiß ich nicht, obwohl ich das eigentlich ganz schön anzusehen finde. Es ist unheimlich ruhig und entspannt und ich mag das auch, wie sich die Rakete so dreht und, ja weiß ich nicht. Also ich finde das eigentlich ganz cool, aber ich kann verstehen, wenn andere Leute so denken, ja, nun, werd fertig, aber so wirklich hetzen lasse ich mich da natürlich auch nicht von. Und deswegen werde ich auf jeden Fall noch ein Biom abwarten und dann schauen wir mal im Weltraumzentrum nach, was es da Neues gibt. So, da haben wir schon und ich würde mal sagen, na so ein bisschen kurve ich jetzt hier noch rumkommen. Nur so ein Minütchen noch, vielleicht finden wir noch das vorvorletzte und das vorletzte und dann vielleicht sogar das letzte Biom. Das kann ja durchaus sein, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Eve ist relativ groß und braucht natürlich auch seine Zeit, bis er sich unter unserem Orbit durchgedreht hat und wir dementsprechend sämtliche Biome erreichen können. Das ist also ganz logisch, dass das hier alles nicht so schnell geht, aber es hetzt uns ja keiner. Wir haben ja Zeit und gucken uns das einfach mal in aller Ruhe an. Ich könnte jetzt natürlich auch den Vorlauf schneller machen, ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht warten da auch einige von euch drauf, aber ich sag euch, ich werde es nicht tun, weil mir wird dann echt schlecht. Das ist so eine tierische Drehung. Das kann ich echt nicht ab. Also das werde ich definitiv nicht tun. Also der Vorlauf, den ich so mir visuell antue, der geht nicht über fünf Pfeile hinaus, so wie es jetzt ist und alles andere ist nichts für mich. Das mache ich gerne auf der großen Karte, auf der richtigen Map, aber hier auf gar keinen Fall. So, ich beschließe jetzt, es reicht. Ich werde jetzt uns schon mal für die nächste Folge Retrograd drehen und werde auch noch mal den Fallschirm präparieren, damit ich das auf gar keinen Fall in der nächsten Folge vergesse und dann gucken wir noch mal schnell im Weltraumzentrum nach, ob es da eine neue Aufgabe für uns gibt. Und wie ich gehofft hatte, Land on Eve, das ist genau das, was ich wollte. Ja, Performance Return, das würde ich gerne irgendwann tun, aber natürlich nicht jetzt. Wir sind mit dem Probe Core unterwegs. Das heißt also, der ganze Rest ist für uns im Moment eher nicht zu gebrauchen. Wir haben die passenden Experimente für die Versuche auch nicht dabei. Das heißt, es wird wahrscheinlich bei der Aufgabe zu landen, jetzt bleiben. Das reicht mir eigentlich auch. Und ich scrolle aber trotzdem noch mal ein bisschen runter, dass wir uns das alles noch ein bisschen genauer angucken können. Ich wollte auch nicht mehr als drei Biome erstmal abgrasen. Das heißt, diese ganzen Vierer-Dinger oder fünf sogar, die wir hier abgrasen sollen, das ist mir alles zu viel. Zumindest für jetzt. Das können wir, wenn wir später Lust haben, noch mal machen. Ja, das war's. Und dann würde ich mal meinen, sind wir eigentlich gut bei der Sache und können das nächste Mal unseren Abwurf des kleinen K-Kurs beobachten. Und ich freue mich schon drauf. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!